Das war 2023, der heitere, besinnliche Jahresrückblick von Helmut Michaelis. Das Jahr ist alt, es kann bald gehen. Es galt, sehr viel zu überstehen. Der Krieg tobt lang in der Ukraine und blieb dabei nicht mal alleine. Der Zaun hielt nicht am Gazastreifen, die Welt im Wahn nicht zu begreifen. Und doch sei Zeit hier ausbedungen für heitere Erinnerungen. Viel mehr als ein komischer Vogel. Er nannte sich schlicht Gloriot und machte Kreis wie Enkel froh. Man lachte lauthals oder leise, ein jeder Tat auf seine Weise. Vor 100 Jahren war er geboren. Vor 12 Jahren ging er uns verloren. Er war der Größte auf dem Gipfel mit Nudeln und Kosakenzipfel. King Charles Er wurde endlich doch noch King. Er trägt Krone, Zepte, Siegelring. Er hat ein Reich jetzt zu verwalten. Wird Mühe haben, es zu halten. Wird ihn die Zukunft reich belohnen. Das Leben zeigt, dass Traditionen, die allzu lange festgehalten, nicht mehr vereinen, eher spalten. Rot, Gelb und Grün Oft war es dieses Jahr so weit. Die Ampel zeigte Zank und Streit auf Migration, auf Wärmepumpe, Gesetzentwürfe als Gelumpe. Der Bürger will nur Ordnung haben. Und kein Verbot mit Heizvorgaben. Wer nächste Wahlen will verlieren, muss weiter wie bisher regieren. Rechts und links Von rechts droht uns die AfD. Die Sarah tut den Linken weh. Sie ließ langen Volk und Wähler glauben, sie wird am linken Rand verstauben. Nun tritt sie an und knüppelt Rechte. Zur Hilfe eilen Wagenknechte, verstören Land und Parlamente des Oscars Frau geht nicht in Rente. Klima und Proteste Der Sommer war sehr schön und heiß. Das Klima erfordert seinen Preis. Nur werde ich in meinem Leben mich nie auf Autobahnen kleben. Und ich kann denen, die das wollen, nicht Beifall oder Achtung zollen, die Freiheit anderer zu rauben, das soll Protest sein, nicht zu glauben. Bälle und Küsse Man wartete auf großen Kick. Doch gab es kein WM-Geschick. Schon früh verloren deutsche Damen. In Spanien gab's wahre Dramen. Ein Boss hielt viel von seinen Küssen. Er hätt wohl eher fragen müssen. So musste er sein Amt verlieren. Was macht er nun? Kämpft er mit Stieren? Wetten, dass! Der Moderator löscht das Licht. Die nächste Show, die gibt es nicht. Sie war uns lieb, dem Sender teuer, das letzte Fernsehlagerfeuer. Vorbei die Zeit, da Kandidaten, gestützt von ihren Promipaten, sich Pümpel in die Rücken schmissen. Wir werden sie wohl nicht vermissen. Gewähltes Jugendwort Die Jugend war zu jeder Zeit zur eigenen Sprache gern bereit. Man wählt stets etwas Wunderbares. Das ist das Jugendwort des Jahres. Hört man die Schüler Gofi sagen, schafft das beim Lehrer Unbehagen, wenn sie ihn meinen und so nennen. Wird er auch die Bedeutung kennen. Menschen und Rechte Es wird mit Würde zelebriert, was weltweit Mensch und Leben ziert. Wer oft erwähnt, nur noch das Schlechte, bedenke auch die Menschenrechte. Im Teil der Welt, in dem wir leben, ist große Freiheit uns gegeben. Wie schön, dass wir die Rechte haben. Sie zählen mehr als Weihnachtsgaben. Ausblick Das alte Jahr war sehr gemischt. Erinnerung ist aufgefrischt. Lasst uns, was schlecht war, schnell vergessen, bei Wein und gutem Festtagsessen. Wer Ruhe findet, mag genießen und heimlich auch für sich beschließen. Mir wird nicht Bank, schon gar nicht Bänger. Das nächste Jahr ist ein Tick länger. Mal sagen, gutemuer Propez nicht gesmerzt, hier Werbung. Ja. Wir will nicht, aber hierもし dann, wir bleiben. Werbung, zwischen получается, Hier ist ein Tick. Untertitelung des ZDF, 2020